Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist das Reiter und wir sind in einem neuen vorgestellt, The City Must Grow. Habe ich bekommen den Key von Tuneik Games, keine Ahnung wie sie heißen, Tuneik Games. Ja, Credits gucken wir mal gerade rein, das sind hier Alpa Tuna und Tuneik Engine gibt es da und die waren alle daran beteiligt. Hier Florian Stracca hat die Musik gemacht, die ich dann wahrscheinlich runterdrehen muss wegen, wisst ihr schon, OpenGL geht das, läuft wie gesagt out of the box auf Linux. Ja, das haben wir da, ich habe noch nicht reingeguckt, wir machen jetzt mal ein neues Spiel und schauen uns das Ganze an. Das Ganze ist rundenbasiert und nach dem Intro legen wir dann los. So, die City muss wachsen, wir haben ein Straßenteil, keine Ahnung was das daneben ist. Das sind auf jeden Fall Bäume, vielleicht sollen das Büsche sein, weiß ich nicht. Haben eine Platte, wo das Ganze drauf ist und es gibt ein Tutorial wohl, was ich glaube 27 Texte sind. Also erstmal kommt dieses Fenster, okay, irgendwas mit einem gelben Rahmen will er mir erzählen. So mesch jetzt, kann ich jetzt nicht mit gelben Rahmen liegen. Achso, irgendwo was kann ich, naja, machen wir erstmal hier Next. To move the camera user right, aha, wir können hier die Platte bewegen und drehen ist rein und raus zoomen und CTRL-Left-Maus-Button, Steuerung, linken Maus-Button, dann kann ich es, ah so, dann ist das noch möglich. Okay, das haben wir auch. Äh, rundenbasiert habe ich gesagt, glaube ich. Ah. Zuverlässige Zonentypen gibt es. Und ein Markier-Limit, wahrscheinlich hier von 4 oder was. Keine Ahnung. Sorry. I can mark visible areas on the map using left mouse-button. Ja, kann ich immer nicht. Und, naja, das will er jetzt alles noch nicht machen. After you finish your marking, you can proceed to the next cycle by pressing the next cycle button. Das wird der da sein, ist klar. To the next cycle, you do not have to use all the marking limits, you can even proceed to the next level without any marking. Okay. If you miss mark and any area, you can reset your turn by pressing the undo button. Ah, da geht's zurück. The number shown in the frame shows how many cycles are passed so far. Okay. Dieser Balken da sagt, wird weniger jede Runde. Und wenn wir es entwickelt wird, dann geht es hoch pro Runde. Und wenn der Balken leer ist, dann haben wir verloren. So, jetzt müssen wir die roads expand the map so that we can use more areas. Many building needs roads to be constructed now. New roads must be connected to existing roads. Aha. Jetzt soll ich die wohl machen, ne? Es gibt Laternen dazu. Und jetzt habe ich noch eine Kreuzung gemacht. Sehr schön, oder? So, das war's. Jetzt können wir die Runde weitermachen. Was haben wir denn hier noch? Und dann kriegt man was weiteres. Und dann kriegt man was weiteres. Und keine Bewohner und keine Ahnung. Workers, auch keine Arbeiter. Also keine Familien. Oder keine Gesamt-, ja, keine Gesamtpersonenzahl. Hier wird produziert. Das ist 50 Produkte. Hier sind die Bauern mit 100 und da sind die Building Materials mit 300. Hier unten gibt es noch ein Zone View. Ah, da kann man umschalten und sich das angucken, wie das so alles aussieht. Zurzeit sieht es wohl nach Commercial Building aus oder gar nichts. Okay, Runde beendet. Wir hatten hier zwei Felder nach da gemacht. Eins nach da. Das heißt, wir haben hier eine Reihe gerichtet und da zwei. Und das Ding hier ist weniger geworden. Okay, residential areas are for the building that people can settle in. Keep in mind, at early stage of the city residential buildings will require two or two areas to form. The houses can only be constructed in areas adjacent to the road. Ich brauche zweimal zwei Felder. Da mache ich keinen Sinn. Ja, jetzt sind sie weg. Machen wir mal eine Runde weiter, oder? Jetzt gibt es noch Bauernfelder. More people working on the food production and the stock capacity increases. You can see the raw food status in the framed window above. You can reach more detailed information by hovering the mouse on top of the relevant field. Agriculture fields do not need roads. Ah, die Bauernfelder brauchen keine. Straßen. Gut, dann haben wir die auch gemacht. Da wir nichts mehr haben. Können wir auch weiterklicken, ne? Okay, da ist die vier hier. Die sind gekommen. Das ist schon mal gewachsen. Commercials provide jobs, it takes raw food produced by agriculture fields and sells them to people. As people working in commercial shops increased, supplying at the stock capacity of food to sell increased. You can see the ready to sell food status in the framed window above. Oh, da oben. 50, okay. You can reach more detailed information by hovering the mouse on top of the relevant field. Achso, das war das, ja. Commercial shops can only be constructed in areas adjusted to the road. Okay, jetzt kriegen wir einen Commerzshop. Den will ich hier auf der Ecke machen. Ja, vier Neodaster sind da, okay. Okay, es müsste hier jetzt was passieren, oder? Wohl nicht, dann eher hier. Und die Bildungsmaterials sind weniger erworben. Hier ist doch eine Stockkapazität, 48, okay. Äh, schmutzige Industrie. Yeah, ihr könnt das auch selber durchlesen, ne? The number of people working in the dirty industry is the production and the stock capacity of the building industry is increased, okay. Jetzt haben wir hier drei. Brauchen die dirty industry does not need tools? Aha. Machen wir die dreckige da mal hin. Und, weiter geht's. Oh, der Balken ist noch voll. Super. Da ist schon einer, ne, sind tatsächlich sogar drei Fäller gewachsen. Drei in die dörte Industrie. Jetzt haben wir wieder Straßen gekriegt. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir mal so. Und so. Und dann sind wir so los. Das haben wir noch nicht geschafft. Hier, es gibt auch noch keine Leute. Ja, müssen wir mal gucken. Also, Runde 6. Okay, das Feld ist wieder größer geworden, ne? Wie wir sehen. Äh, acht gewohnbare Häuser. Okay. Und die zwei sind sogar noch. Erstmal die. Hm. Ja, das habe ich schon erkannt. Das sieht man jetzt auch sehr schön, wie das Farblicht dann anders ist. Hier ist nichts mehr los. Wir sind runtergegangen, haben wieder fünf Industrien gekriegt, die ich jetzt mal hier so hinsetze. Ist dann dazugekommen. Jetzt gibt es zwei Shops. Die machen wir mal da hin. Jetzt gibt es wieder vier Agralfelder. Die machen wir mal da hin. Hier geht es runter. Jetzt gibt es wieder Industrieflächen. Jetzt ist es wieder hochgegangen. Industrie ist gewachsen. Jetzt gibt es wieder Gebäude. Machen wir mal so. Ach, da kann ja nur einer hin. Jetzt ist es wieder runtergegangen. Jetzt gibt es acht Agrarfelder. Weg sind sie. Also gefühlt ist es schon ein bisschen so, dass jetzt hier gerade nichts passiert, oder? Jetzt gibt es Straßen und das erste Haus ist gekommen. Ne, ich will nach da noch weiter. So, jetzt sind die ersten Bewohner da. Die werden da aber noch nicht angezeigt. Aber vielleicht in der nächsten Runde. Ja, dreie sind da und 100% haben Arbeit. Okay, neue Straßen würde ich jetzt mal hier so machen. Und da sind die Straßen schon weg. Drei Bewohner sind eingezogen oder haben gesiedelt. Die sind da am Arbeiten. Das haben wir diese Aufgabe gelöst. Da kommt das nächste Haus. Und da können wir das fehlende Waren sind das wohl. Hier können auch noch zwei hin. So ist es nicht. Ach, das war nur ein Feld. Okay, dann machen wir nur ein Feld. Runde 17. Wir haben einen vollen Tank. Alles ist gut. Und können noch Straßen bauen. Okay, dann da, dann da. Und mehr geht nicht. Eine neue, dreckige Fahne, äh, Dingensach schon. Ein weiterer Bewohner. Jetzt haben wir hier 88% haben Arbeit. Das ist hier zu wenig. Aber in dem Geschäft hier wird gearbeitet. Agrarfelder gibt es neue. Ja, weiß ich auch nicht, wo ich die alle hinpacken soll. Die gibt es wohl am meisten, ne? Das geht hier runter. Zwei neue Shops. Haben wir schon mal. Letzten Zyklus haben wir sieben Produkte geschaffen. Und acht sind gebraucht worden. Sehr interessant. Okay. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Dann können wir wieder Häuser bauen. So. Jetzt sind die auch weg. Ah, Buildings-Alematische drin. Also. Drei. Die sind lange gestanden. Keiner hat da gearbeitet. Und jetzt sind sie kaputt gegangen. So, die sind weg. Fünf Industrien. Können wir neue aufstellen hier, ne? Und weiter geht's. Da ist ein neues Haus gekommen. Hier ist die Industrie auch dazu gekommen. Wir haben noch eine weitere Industrie. Hier sind schon wieder welche weg. Wir haben elf Bewohner. 63 haben Arbeit. Und wir haben wieder Ackerfläche. So. Machen. Weg ist er. Und weitere Ackerflächen. Da haben wir noch fünf. Hier ist eine Pommesbude hingekommen. Sehr interessant. Zweiter Laden also. Es ist auch hochgegangen. Unsere. Bewohner. Hm. Ein Haus haben wir noch. Aber ich kann es nicht hinsetzen. Jetzt aber. Und nochmal weitere acht Häuser. Ich habe die Karren gleich voll, ne? Das hat gut geklappt dann. So. So. Ich weiß nicht, ne? Jetzt kommt eine Straße dazu. Jetzt machen wir das mal so. Jetzt weckt unsere Karren wieder. Jetzt können wir auch nichts mehr bauen. Auch sehr interessant. Jetzt haben wir hier. die Straßen, die wir da bauen können. Machen wir da einen. Und dann wollte ich hier noch eine machen. Und da. Dann sind die weg. Jetzt geht es hier runter. Zwei Commercial Buildings. Machen wir einen da hin. Und. Einen da hin. Jetzt geht es hier wieder runter. Jetzt haben wir wieder. Bauernfläche. So. Weg ist es. Geht runter. Wir haben vier Straßen. Es geht weiter runter. Wir haben wieder vier Straßen. Weg sind sie. Es geht wieder runter. Fünf Industrien sind dazugekommen. Wir können hier jetzt wieder neue Industrien setzen. Ah. Die Fläche ist hier ein bisschen gewachsen. Aber toll ist das nicht, ne? Und jetzt sind wir kurz vor knapp vor dem Kaputtgehen, ne? Wo sitzen wir Läden hin? Da sollen wir mal eine Straße hin. Und. Das war's. Ja. Da haben wir diese Runde gespielt. Einen Einblick vom ersten Runde geschaffen. Jetzt musste ich mir mal das nochmal angucken, wie es denn wirklich gespielt werden muss. So wie es jetzt gespielt ist, war das nicht so prickelnd. Wir haben 36 Runden geschafft. Zwölf Leute haben da gewohnt. Davon haben 91 Arbeit gehabt. 87 Prozent gab es wohl zu essen. Wir sind auf Rang drei hier. Im Lidersport. Naja. 156 Punkte ist schon mal was, ne? Ja. Tja. Und die Punkte hier haben wir auch nicht geschafft. Right in the Swiss for building what we're is. Das müssen wir mal gucken, wie wir das in den nächsten Vorstellten in der zweiten Vorschau mal gucken. Dann machen wir das nochmal und schauen, ob wir irgendwas anders machen müssen, damit es klappt. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ruhe habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ihr das nächste Video hochladet. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video von an Kanäle teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao. 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 .